hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde fall guys gespielt über epic games ich habe jetzt beschlossen einfach mal ein paar solo runden zu spielen ohne gast einfach weil ich jetzt so mit bock hatte mal gucken vielleicht kriege ich diesmal on screen ein paar wins hin damit ich auch diese serie sag ich mal bisschen vorantreiben kann offenbar lädt das manchmal nicht richtig so jetzt aber rutsche die bahn hinunter und rase der ziellinie entgegen ok dann kann ich eigentlich zwischendurch mal mein update aktuell habe ich jetzt aufgenommen meda mann das heißt die restlichen meda mann vier parts kommen jetzt die tage noch aus und dann geht es erstmal an link zu befassen da habe ich mittlerweile auch frisch im kasten und nach meda mann hatte ich vor mario hack zu spielen da habe ich auch noch welche im ort sicht ok ziehe die beste 20 prozent die beste 20 prozent die beste 20 prozent ok was kommt jetzt ah wollten rennen bis dahin die beste dann die Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder durch die Gravity-Scheiße rumkämpfen. Ja, das war so, klar. Boah, wie fies. Okay, bisschen rechten. Boah, jetzt geht's. Boah, jetzt sind wir. ja das war klar ich bin leider nicht schnell genug durchgekommen ja und ihr seht ich habe die letzte zeit eine manual gespielt aber auch projekts mäßig denke ich mal werde ich mir jetzt vornehmen erstmal meda man dann irgendwas anderes damit am meda man dann wieder was anderes und so geht es jetzt erstmal weiter wie ich jetzt lust dazu habe auch schon wieder ich hoffe ich krieg das jetzt besser hin und so 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 ok jetzt diesmal nicht verarschen lassen von der gravity boah was war das denn für ein dodge wieso steigst du auf dem clip ups banane und ich mache gerade genau jetzt wird es aber fies hier ja die ersten haben sich schon qualifiziert und ich bin noch nicht mal bei der helfe ja 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 schon wieder verneuern schon wieder verneuern ja jetzt gar keine punkte aber nur so ein minimum ich hoffe jetzt mal auf eine vernünftige runde hier wozu nehme ich das sind sonst auf hier schon wieder also kommt das spiel gleich noch mal schneide ich das in meiner aufnahme raus es kann doch nicht sein dass wir jetzt die ganze zeit dass selber hier kriegen aber wieso fliegen denn jetzt auf einmal so planeten rum ja ja Ich versuch mich nicht vom Flipper aus hochzuschießen. Ich versuch mich nicht vom Flipper aus hochzuschießen. Ich versuch mich nicht vom Flipper aus hochzuschießen. Was kommt jetzt? Okay, Bahnkampf. Das kremen. Nein. Das kremen. Ich versuch mich nicht vom Flipper aus hochzuschießen. Ich versuch mich nicht vom Flipper aus. Ich versuch mich nicht vom Flipper aus hochzuschießen. 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 Jetzt zieht das Ding doch nicht weg. Mensch! Was ist denn das für... Was ist das denn schon wieder für eine kranke Lobby hier? So, ich weiß aber nicht, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Aber ich werde nur ein oder zwei Runden machen. Das war's für heute. Wir machen jetzt heute Abend. Ich bin seitens der Wiener. Ich bin seitens der Wiener und in der N., Jedenfalls. Eine Wiener. Dasselbehen! Wir haben heute Abend. Tunnel Jump! Tunnel Jump! Boah! Scheiße! Und was? Okay, die anderen sind teilweise am Strugglen hier. So, was fehlt als nächstes? Okay, gleich Wipfelwirrwarr hinterher. Okay. 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 Ja, das hättest du so gedacht, ne? Hallo! Wie? Wie? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow Batches Last one from here Eieieiei, jetzt hat der Trump noch mich zugerast. Okay. Wir haben es geschafft. Ach, die Hex. Was? Wir sind noch zu zweit? Eieieiei. Okay. 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 Pech mit dem Minigames. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Scheiße Okay, hier bin ich sicher Okay, hier bin ich sicher Okay, hier bin ich sicher So, es geht mal Türenlauf oder sowas Das klappt man heute noch gar nicht Und wieder zehn Jahre später Okay, Partymeile Okay, hier bin ich sicher Okay, hier bin ich sicher Ui, ui, ui Ow Und dranhängen Und noch weiter kann der Hängt Hoi, ui, 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 ui Und immer noch nur bestens 20% Ach Okay, hier bin ich sicher Und noch nicht so gut Okay. Was ist das denn für ein leichtes Game auf einmal? Ey, was die Leute sich da manchmal für einen Namen geben hier? Ja. So, mach mal voran da. Meine Aufnahme wird sonst zu lang. Runde beendet. Oh, die Rollbahn. Komm schon. Diesmal muss ich es schaffen. Eine Krone heute. Okay, ich stehe bei dem blauen. Dann schwenken wir mal die Kamera ein bisschen und los geht's. Okay, einer ist schon mal ausgeschieden. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Wow, jetzt kommt da so eine Ratte angehechtet. Oh, das ist gut. Lächerlich gut. Aber ich bin raus. Scheiße. Retro-Oliva, okay. Okay. Oh, ha. Die Kacke ist aber am Dumpen. Ja. Ja, schade. Auch diesmal keine Krone. Errung. Aber dafür auch nur ein Levelaufstieg. So, das war es an der Stelle erstmal. Ich verabschiede mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.